Das Präsentieren von Fotos in Fotobüchern ist mittlerweile sehr beliebt und lässt sich auch mit Photoshop Elements sehr leicht durchführen. Das Ganze können Sie direkt aus dem Organizer oder dem Editor starten, denn Sie haben hier oben bei Erstellen die Möglichkeit einen sogenannten Bildband zu erstellen. Das Gleiche, wenn Sie zum Fotoeditor wechseln, auch hier haben Sie die Möglichkeit ein Bildband anzulegen. Ich gehe beim Anlegen von Fotobüchern oder beim Erstellen von Fotobüchern eigentlich immer so vor, dass ich mir zuerst ein Album anlege im Organizer und diesem Album füge ich die Bilder hinzu, die ich für mein Fotobuch verwenden möchte. So kann ich schon im Organizer eine Vorauswahl treffen und ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier schon die Reihenfolgen der Fotos für mein Fotobuch festzulegen. Denn ich kann hier meine gesamten Bilder einfach markieren und daraus das Fotobuch erstellen und dann werden die Reihenfolgen, die ich in meinem Album hier angelegt habe, bereits berücksichtigt. Die Fotos dazu finden Sie wieder im Ordner mit den Übungsmaterialien und die können Sie sich ganz einfach hier im Organizer hinzufügen. So, jetzt markiere ich die Bilder alle. Entweder indem ich hier auf das erste Bild drücke und mit gedrückter Umschalttaste das letzte Bild anklicke oder wenn ich hier von außen anfange, fasse einfach mit gedrückter linker Maustaste einmal über alle Bilder rüber. Danach wähle ich hier Erstellen Bildband aus. Und dann bekomme ich das Dialogfeld angezeigt und jetzt entscheide ich mich, ob ich das Fotobuch selber über meinen Drucker ausdrucken möchte oder ob ich einen Online-Fotoservice benutzen möchte. In der Regel wird man den Weg über den Online-Fotoservice gehen. Das heißt, hier wähle ich das Format aus, was mir hier angeboten wird. Und dann bekomme ich hier bei den Themen verschiedene Voreinstellungen der Layouts angezeigt. Und Sie sehen, hier ist im Grunde genommen für alle möglichen Fotothemen habe ich hier das richtige Layout. Und ich möchte für diese Lektion einmal ein schlichtes wählen. Das heißt, ich wähle mir hier Monochrom aus. Und wenn ich das Häkchen hier unten mit ausgewählten Bildern automatisch Füllen aktiviere, dann sind die Bilder, die ich gerade eben im Organizer ausgewählt habe, automatisch berücksichtigt und werden gleich hinzugefügt. Hier unten gebe ich dann noch die Seitenzahl für mein Fotoalbum an. Das ist bei den Online-Service eigentlich immer so, dass Sie eine Mindestseitenzahl benötigen. Hier sind es zum Beispiel 25 Seiten. Die werde ich jetzt natürlich nicht alle füllen, aber der Vorgang ist im Grunde genommen für jede Seite der gleiche. Das heißt, es reicht, wenn ich Ihnen das hier für die ersten beiden Seiten zeige. Denn dafür reicht die Auswahl mit fünf Fotos, die ich hier habe. Gut, ich bestätige das Ganze hier mit OK. Und dann wird der gesamte Vorgang gestartet. Das heißt, das Layout wird berücksichtigt und meine Bilder werden bereits auf den entsprechenden Seiten angelegt. Und dann haben Sie diese Oberfläche hier. Sie sehen das Titelblatt für Ihr Fotobuch und hier rechts sehen Sie die entsprechenden Seiten. Und bei denen sind die Layouts bereits auch vorgegeben. So, das heißt, ich habe also jetzt die Möglichkeit, meine Anpassungen vorzunehmen. Ich wechsle einfach zwischen den Seiten, indem ich hier in der Voransicht einfach auf die entsprechende Seite klicke. Und dann wird mir das Ganze hier angezeigt. Ich kann aber auch hier über diese File-Tasten gehen. Im Grunde genommen habe ich hier viele Funktionen zur Verfügung, die mir der Editor eh schon zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Größen meiner Fotos ändern. Ich kann einen Doppelklick in das Bild reinmachen. Und dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel hier den Inhalt von meinem Rahmen noch anzupassen, wie man das aus dem Editor bereits kennt. Ich gehe mal zur ersten Fotoseite, denn das gerade eben war ja die Titelseite. Und hier sieht man, dass hier einiges noch nicht passt. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern. Hier sind zum Beispiel die Bildausschnitte in meinem Rahmen viel zu groß. Und teilweise passt mir die Reihenfolge hier der Bilder auch nicht. Das heißt, das sind jetzt erstmal Dinge, die ich ändern möchte. Ich werde hier zuerst erstmal hier reingehen. Und kann jetzt zum Beispiel per Doppelklick hier mir den Slider holen, dass ich jetzt erstmal hier die Größe anpasse. Ich möchte aber eigentlich das gesamte Layout von dieser ersten Seite ändern. Das heißt, ich breche den Vorgang hier einmal ab und wechsle hier zu dem Bereich Layouts hier unten rechts. Und hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Layouts direkt vorauszuwählen. Und dieses Layout wird dann auf meine Seite entsprechend angepasst. Ich werde hier dieses Bild vollflächig auf die erste Seite setzen. Und das kann ich machen, indem ich einfach dieses Layout hier einfach hier drüber auf die erste Seite ziehe. Und sobald ich die Maustaste losgelassen habe, wird die gesamte Seite mit dem Foto gefüllt. Dummerweise ist das Bild jetzt hier gedreht. Das ist falsch. Das heißt, das ändere ich jetzt erstmal, indem ich hier einfach einen Rechtsklick in das Bild mache und sage, dass das Bild um 90 Grad gedreht werden soll. Als nächstes passe ich noch die Größe an. Das heißt, ein Doppelklick in meinem Bild und den Slider benutzen, um das Bild entsprechend anzupassen. So, mit dem grünen Häkchen bestätige ich die Angabe hier. So, damit habe ich diese Seite hier fertig und kümmere mich jetzt um diese beiden hier. Das heißt, ich möchte ganz gerne, dass die Inhalte von diesen beiden Bildern vertauscht werden. Ich möchte also die Isetta hier haben und möchte den Kabinenroller hier rechts haben. Das geht total einfach, denn ich brauche hier einfach nur einen Doppelklick in das Bild machen. Dann habe ich ja wieder den Inhalt hier aktiv und den ziehe ich mir jetzt einfach in den Fotorahmen, den ich dafür eigentlich benutzen möchte. Und dann werden automatisch die beiden Bilder ausgetauscht. Klicken, ziehen und dann sehen Sie, bekommen Sie das Symbol am Mauszeiger. Wenn ich jetzt die Maus loslasse, dann sind automatisch beide Bilder hier ausgetauscht und ich kann jetzt hier meine weiteren Anpassungen vornehmen. Das geht also sehr einfach. So, damit habe ich diese Seite auch bereits fertig und gehe wieder zurück zur ersten Seite, also zu meiner Titelseite. So, jetzt kann ich hier noch meinen Text angeben. Dazu zoome ich mal ein wenig in die Ansicht rein und mit gedrückter Leertaste kann ich jetzt mich hier auf dem Titelblatt bzw. auf der Titelseite bewegen. Ich möchte jetzt hier den Text ändern. Dazu mache ich einfach einen Doppelklick hier in den Text rein und dann kann ich den Text mit der Maus hier markieren. Den Text hier, den nenne ich mal Oldtimer, denn so soll mein Buch heißen. Das bestätige ich hier. Und den Untertitel, den brauche ich nicht, den markiere ich einfach und mit der Rückschritttaste lösche ich diese Textebene einfach. So, dann gehe ich wieder meine komplette Darstellung zurück mit STRG 0. Jetzt möchte ich noch die Schrift hier von dem Text ändern. Dazu klicke ich wieder doppelt auf den Text drauf und markiere mir noch einmal den Text. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, den Text, die Schrift erstmal zu ändern. Und zwar werde ich mich hier für die Schrift Impact entscheiden. Die habe ich bei I, natürlich. So, hier Impact und ausgewählt. Und dann habe ich sie hier auch schon bestätigt. Die werde ich mir jetzt noch ein bisschen größer ziehen. Achten Sie darauf, wenn Sie einzelne Elemente in Ihrem Fotobuch verschieben, dass Sie nicht über diese grünen Linien rüber gehen, denn so eine Buchseite wird ja gedruckt und dann wird sie vom Anbieter entsprechend abgeschnitten an diesen Stellen. Und diese Schnittkante, die kann manchmal ein bisschen variieren. Und wenn Sie zu nah dran sind, dann kann es sein, dass Teile von Ihren Elementen abgeschnitten werden. Und das wäre halt nicht so schön. Das heißt, achten Sie darauf, dass Sie immer einen ausreichenden Abstand hier zu diesen Sicherheitslinien haben. So, die Elemente können Sie natürlich auch zum Beispiel drehen, wenn Sie das lieber etwas schräg hier haben möchten. Ich werde es lieber wieder gerade ansetzen und mit dem grünen Häkchen bestätigen. So, jetzt gucke ich mir bei dem Titelblatt nochmal den Hintergrund an, diesen dunklen Hintergrund. Und den möchte ich gerne austauschen. Dazu gehe ich hier rechts in den Bereich Grafiken. Und hier habe ich ganz oben verschiedene Hintergründe, die ich mir einblenden oder ausblenden lassen kann. Das kennen Sie sicherlich auch schon von anderen Lektionen. So, und um meinen anderen Hintergrund hier auszuprobieren, kann ich den einfach nehmen und direkt auf meine Seite ziehen. Und Sie sehen, wie das dann gleich entsprechend angepasst wird. Der gefällt mir noch nicht ganz so gut, aber grau hätte ich schon ganz gerne. Und ich nehme einmal diesen hier und werde meinen Hintergrund hier anwenden. Jetzt werde ich noch einen kleinen Bildrahmen und mal ein Bild von der Titelseite erstellen. Das kann ich hier ebenfalls machen, indem ich hier einfach per Drag & Drop den Bildrahmen einfach hinzufüge. So, damit habe ich mein Fotobuch erstellt. Ich habe also hier jetzt meine Seiten angelegt, habe meine Anpassungen vorgenommen. Wie gesagt, normalerweise müsste ich jetzt natürlich, jetzt habe ich ja aus Versehen, sehen Sie gerade hier die Buchseiten angefasst. Sie können natürlich die Reihenfolge dieser Seiten natürlich auch per Drag & Drop hier einfach austauschen. Wie gesagt, für den Online-Anbieter müsste ich jetzt normalerweise noch eine ganze Menge an weiteren Buchseiten anpassen. Aber zum Zeigen soll das hier einmal reichen. Und als allererstes werde ich jetzt erstmal mein Fotobuch speichern. Denn gerade bei großen Projekten ist man doch häufig mehrere Tage daran beschäftigt. Und da muss man natürlich dafür sorgen, dass man sich das Ganze in einem Format speichert, wo man später weiterarbeiten kann. Und das ist hier das PSE-Format, das Fotoprojekt-Format. Ups, machen wir nochmal ein Fotobuch draus. So, das speichere ich mir auf dem Schreibtisch. Und dann kann ich jederzeit diese Datei per Doppelklick wieder öffnen und an meiner Stelle weiterarbeiten. So, um endgültig den Vorgang der Bestellung zu starten, kann ich hier einfach auf den Button Bestellen klicken. Und dann sehen Sie, müssen diese ganzen Dateien natürlich online übertragen werden. Das kann natürlich eine ganze Zeit lang dauern. Das gucken wir uns einfach mal an. Wir beschleunigen den Vorgang hier ein wenig. Ich werde das jetzt erstmal mit OK bestätigen. So, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, dann komme ich auf das eigentliche Bestellformular. Und hier wird man Schritt für Schritt angeleitet, damit Sie Ihr Fotobuch bestellen können. Hier können Sie zum Beispiel die Menge der Fotobücher angeben. Sie können also in einem Rutsch auch mehrere Fotobücher erstellen lassen. Hier bekommen Sie die Preise entsprechend angezeigt. Und dann geht das hier Schritt für Schritt weiter. Den Vorgang werde ich jetzt hier nicht zeigen. Hier gibt es auch nichts weiteres zu beachten, denn hier werden Sie, wie gesagt, Step by Step angeleitet. ein пов thatesDeicio ist. Das familiarity ist sehr gut, das ist zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.